Ja, hallo, ich bin es mit einer Umfrage, bedeutet diesmal geht es um euch. Ja, ich habe wieder vor eine Umfrage zu machen, wie ich schon gesagt habe, und zwar zu dem Thema, ob ich ein Nebenprojekt machen soll, obwohl er ist das kein Nebenprojekt, sondern ein zweites Projekt. Dieses zweite Projekt wird auch mit Zombies zu tun haben, so viel verrate ich schon mal. Also ich weiß schon, welches Spiel ich Let's Playen werde als Nebenprojekt. Und ja, das Nebenprojekt wird bedeuten, oder zweitprojekt, deswegen auch zweitprojekt, nicht Nebenprojekt, dass auf die Zeit verteilt gesehen nicht so viel Minecraft kommen wird. Letztendlich wird es glaube ich so laufen, einen Tag Minecraft, den nächsten Tag dann das andere Projekt, und am Tag der Nacht dann wieder Minecraft, und am Tag der Nacht wieder das andere Projekt. Und, Entschuldigung, und so weiter und so fort. Ja, also müsst ihr wissen, ob ihr das in Ordnung findet, wenn ich da noch ein zweites Projekt habe. Dadurch gibt es halt auch eine Umfrage. Die Umfrage wieder mal auf www.charles-umfragen.de.tl Einfach auf die Seite gehen und abstimmen, was ihr von einem zweiten Projekt halten würdet. Die Umfrage läuft ungefähr vier Tage. Und ja, ich freue mich auf eure Ergebnisse, auf eure Meinung. Und wir sehen uns dann in Minecraft wieder, und vielleicht auch in diesem zweiten Projekt. Bis dahin, tschüss.